Und da bin ich auch schon wieder. Sofort ein Stieg hier wieder. Oh, Alter. Wir greifen hier immer noch die Massen an. Wir wurden irgendwie verschleppt. Hannah ist eine Spionin. Das wissen wir mittlerweile. Boah. Das hätte Garrison eigentlich sehen sollen. Was ist das denn für ein Anführer? Komm ich hier hoch? Ohne Scheiß. Ich glaube, ich gehe jetzt da hoch. Das ist, glaube ich, besser. Dann habe ich eine bessere Übersicht von hier oben. Ich schalte die Schützen aus. Ich kann da durchschießen. Sehr gut. Keine Sau mehr da. Hallo. Wo sind die denn jetzt hin? Ähm. Ah, da hinten. Oh mein Gott. Kommt ja auch noch einer. Hallo. Ah, Irish ist mit nach oben gekommen. Sehr schön. Ich danke dir, Irish. Irish ist echt ein guter Kumpel. Hallo. Gar nicht. Um genau zu sein, Irish. Gar nicht. Aber da will ich schon raus. Ich finde es hier drin ganz schön. Alter. Granate. Granate. Und rüber mit uns. London schießt da noch einer. Oh, aua, 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 alter, alter, alter. Hier ist eine Troppe, sehr schön. Schlechen wir uns von hinten ein bisschen an. Hallo. Habe ich dich. Alter, 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 von hinten, von hinten. Hä? Wo ist da denn einer? Ah, da oben. Haben. Alter, das ist kein Problem. Wo ist er? Hä? Treffe ich nicht. Egal, laufen wir weiter. Hallo. Bisschen ja Rambo-mäßig. Aber wir müssen ja hier irgendwie rauskommen. Wir haben das Tor geschlossen, also können wir es auch bestimmt wieder öffnen. Und doch. Äh, wie hast du gerade das Tor aufgemacht? Oh, der mal. Äh, shit. Shit. Wenn wir Claimers machen. Mach das jetzt einfach mal so. Dieser Tag. Diesen Tag denke ich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Hm. Wo mal ein Körper gibt in die Geister. Ja. Mach auf. Was zum Henker sagt er da? Relikopter. Ich brauche mehr Zeit für das Tor. Hey, Inger, hau, unter dir. Hey. Oben rechts. Ja, ich war's auf Surround. Sorry, round. Ja. Ich weiß. Was sollen wir denn machen? Hab ich. Äh. Oh, shit. Die fliegen über uns. Oh, holy shit. Scheiße, ich hab die ganzen Claimers falsch hingesetzt. Treib die nicht. Die muss doch da, muss doch da hochkommen. Shit, 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 shit. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Egal, jetzt sind sie schon alle unten. Shit. Oh. Oh. Alter. Da vorne. Ich hab die ganzen Claimers falsch aufgesetzt. Moin. Ich hab die. Oh, Gott. Ich zähl nichts mehr. Alter, Verwalder. Haben wir? Fast geschafft. Achso. Hinten sind noch ganz viele. Warte. Ich hab ne Idee. Irish, pass auf mich auf. Ah, hat nicht so ganz funktioniert. Ich wasche da euch. Sehr schön. Komm her. Komm rum. Boah, Alter. Hab ich mich grad ein bisschen erschrocken. So. Okay. Alle weg. Alle weg. Ist es offen? Ich hab gedacht, ihr habt offen gemacht. Mach ich. Ja, nicht schlecht. Ja, ja, immer. Ja, jetzt geht's auf einmal auf. Toll. Alle Claimers. Seid fest, verdammt. Du bist rein. Seht ihr? Wir kommen drunter durch. Alles gut. Ja, das reicht. Was? Alter, da stand er eben noch nicht. Hä? Voll nur blauer. Ist das blöd jetzt? Ich bin ganz schön blöd hier. Sorry, ich konnte nicht. Scheißschlampe. Du willst die Chinese rumlegen, obwohl sie uns gerätet hat. Ganz ruhig. Ich scheiß auf dich. Du hast uns verraten. Ich kann das erklären. Scheiß auf. Du bist nicht loyal. Du arbeitest mit Chang. Nein, Chang ist mir scheißegal. Er wollte Jinjais Tod. Es war meine Mission, ihn zu beschützen. Ja, und was hast du ihm gebracht? Er ist tot, verdammt. Nein, ist er nicht. Verdammt, die Kindsköpfe. Wenn ihr nicht draufgehen wollt, hauen wir jetzt ab. Nehmt eure Waffe. Hä, was zum Henker? Auf welcher Seite steht ihr jetzt? Diese Scheiße ist doch echt unfassbar. Ja, finde ich auch. Der Hälfte, der Hälfte ist diese Kackpatze doch auch. Schon wieder. Da wird ein bisschen eisig jetzt. Ja, Freiheit. Freiheit. Wer will runter? Ne, ähm, jetzt erstmal. Ey, ernsthaft jetzt. Oh, jetzt wollen wir uns mal wieder konzentrieren. Okay, wir haben da vorne einen. Wir haben da hinten einen. Na klar, spart ihr den Blödsinn. Klapp. Alter. Okay, halt. Was ist bei dir los? Was ist bei dir falsch? Alter, was halten die denn aus? Das ist doch jetzt hier. So. Ab ihn. Nachladen. Und, ey, da war noch einer. Warte, was geht denn hier ab hier? Aber wisst ihr was? Tschüss und weg. Kommt mit. Okay, jetzt mit. Oh. Der steht genau vor mir. Shit. Was? Uh, uh, das war gerade nicht so schlau. Weil er sofort gewechselt hat, weil ich mir das genommen habe. Ah, shit ey, das war gerade gar nicht gut. Alter, was ist denn jetzt gerade jetzt? Alle. Alter, ich sehe nicht. Alter, shit. Und shit. Sehr schön, sehr schön. Ich muss mich irgendwo in den Sack entsetzen. Alter. Es war gerade nicht so gut. Ich habe ihn nicht dahinter gesehen. Oh, shit. Ein nettes Panzerfahrzeug. Glaub ich nicht. Was? Ich muss mich verarschen. Nein, 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 nein. Warte, ich schalte erst mal da unten aus. Ich muss ihn doch treffen. Hä? Ich glaube, das ist ihm völlig egal. Wenn ich dann mit meinen 25mm Granaten auffeiere. Nee, scheint ihm doch nicht so egal zu sein. Und nämlich. Sehr schön. Yo. Yo. Wir haben hier noch ein bisschen Munition. Jetzt gehen wir weg. Ah. Toll. Jetzt haben wir natürlich. Ganz ab, ja. Egal. Egal. Hat ja auch so funktioniert. Was? Alter. Ich hätte gedacht, der steht da hinten. Hallo. Hallo. Sehr gut. Sicher und safe. Wir gehen weiter. Das kann ich mir jetzt da mitnehmen. Kann ich mir auf einmal zu viel mitnehmen. Ich werde dir gehen. Ich werde dich, der steht da hinten. Ich werde dich, der steht da hinten. Ich werde dich. Ich werde dich. Was ist denn das? granate granate weg 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 oh mein gott wo sind wir hier ist er noch da oben mit mit schießen die denn hier ja ich habe nicht so gut getroffen alter weißt du was er 120 sehr schön jetzt rennen rein was ihr lieb ist weg und weg sehr schön da oben ist neiner mache ich mache ich mache ich mache ich versuche jedenfalls hier weg alter auf dem schurm sind welche snapper ist das unser was von wo wie war es war es wie rum ein hilfe sehr schön ich sehe nichts ich sehe nichts hallöchen es ist weiß alter wo bin ich hier bin ich woooooo alter finne ähm irish du stehst schon da vorne und dann kommt da mir noch einer entgegen alter 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 bist du behindert hier feuer sehr schön oh das war das war kunstvoll gladiator ich weiß ich war damals der kröße im gring alter alter von wo überall ach wirklich ach wirklich oh guck mal wie sie hier alle liegen oh schön schön hingelegt habe ich mir gemacht stolz auf mich das ist ein eigenlob oh hi oh hi oh hi 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 grüßt euch was zum hänker ist mit dir falsch boah geil da runter geht es na dann wollen wir mal ab in die gondel ja kommt rein setzen die sich erstmal noch alle hin sehr schön erreiche die gondel ich bin da na los rein mit euch los 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 keine zeit zu verlieren ich mach das nochmal hui ich hab zeit guck mal hier puff ich sorge noch für ein bisschen verwüstung und es noch keiner folgen kann ja genau los geht's ab in die gondel ab in die gondel ich hab hier das noch das haben wir doch gleich durchgeballert hast du ne beste idee irish du hast gesagt die gondel die gondel die gondel die gondel Ja, lieber an China retten, oder? Au! Au, ich... Ich hab den Schatten gesehen. Das war nicht so geil. Goll. Alter, alter. Ich hab den getroffen. Was macht ihr denn? Slow motion. Ähm. Ähm. Eine Schlittenfahrt, die ist lustig. Kimper clean up. Ich lach mich schlapp. Alter, Herre. Yay. Ich seh nichts. Dunkel. Und ich hab noch den komischen Ladenstrich. Yay. Tote Morgengrauen. Erfolg frei gescheitert. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.